Die gesteuerte Verschwörungsliteratur vor dem Zweiten Weltkrieg und ihr Einfluss auf den Nationalsozialismus. Die Geheimdienste Britanniens und Amerikas bzw. die Dienste des Welfenadels hatten frühzeitig ein Interesse daran, Desinformationen über Machtstrukturen und Geheimoperationen zu verbreiten. Die moderne Verschwörungsliteratur begann in den 1790er Jahren als groß angelegte Kampagne aus Welfenkreisen, um die Rolle der Welfengeheimdienste bei der Französischen Revolution wenige Jahre zuvor zu verschleiern. Dazu mussten sich die bedeutendsten Verschwörungsautoren noch nicht einmal vollständig bewusst darüber gewesen sein, dass sie Unfug verbreiteten, sondern verließen sich wohl eher auf die falschen Personen und Quellen und hielten sich angesichts erfolgreicher Buchverkäufe für genial und heldenhaft. Die frühen Werke der klassischen Verschwörungsliteratur fokussierten auf französische und deutsche Illuminatenlogen, Katholiken bzw. Jesuiten und Anhänger der alten Stuart-Könige Britanniens. Später rückte dann die Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung in den Mittelpunkt und selbst ältere Ereignisse wie die französische Revolution wurden um eine jüdische Komponente ergänzt. Die zumeist aus dem angloamerikanischen Raum stammenden Texte wurden in deutschen Übersetzungen äußerst populär in der völkischen Szene und schließlich bei der NSDAP, was nicht nur den Holocaust befeuerte, sondern auch die wichtigsten strategischen Entscheidungen des Dritten Reichs beeinflusste. Denn die Verschwörungsliteratur hatte gezielt den Eindruck erweckt, es gäbe höchst einflussreiche Nazi-Sympathisanten in Amerika und Britannien, die ein Bündnis anstreben würden. Hier merkt man die Macht, die Geheimdienst-Operationen entfalten können. In einer überschaubaren Reihe an schlechten Büchern und billigen Pamphleten gelang es, das Dritte Reich so stark zu beeinflussen, dass es verheerende strategische und nachrichtendienstliche Entscheidungen traf. Die Nazi-Führung glaubte, mächtige Sympathisanten in den USA und Britannien zu besitzen und so ließ Hitler die eingekesselte britische Armee bei Dunkirk entkommen und schickte drei Millionen Soldaten in die vermeintlich jüdisch-bolschewistische Sowjetunion. Die Nazis ließen sich vom Welfenadel infiltrieren, weil man den Adel für überzeugte Antisemiten hielt, die sich rächen wollten an der jüdischen Weltverschwörung, weil einst Familien wie die Rothschilds den britischen Welfenadel entmachtet hätten. Im Kern handelte es sich nur um gewöhnliche Standardtechniken der Desinformation, aber die Kampagne war ungewöhnlich umfangreich. Die Vorläufe hatten bereits in den 1790er Jahren begonnen, die Inhalte wurden in den 1800er Jahren maßgeschneidert auf das deutsche und österreichische Zielpublikum und das Unterfangen wurde schließlich ab dem Jahr 1900 massiv intensiviert. Zudem benutzte der Welfenadel immer wieder diverse Strohmänner jüdischer Herkunft, die ganz gezielt Aufmerksamkeit erregen sollten, ob nun die berüchtigte Rothschild-Familie im Bankwesen oder prominente kommunistische Funktionäre. Erst im Zusammenspiel mit diesen Strohmännern konnte die Desinformationskampagne ihre Wirkung entfalten. Hätten die Anglo-Amerikaner von Anfang an gegen Juden diskriminiert und sie ferngehalten von den höheren Ebenen der Geschäftswelt, Politik und den adeligen Höfen, hätte man keine überzeugend wirkenden, mystisch angehauchten Sündenböcke gehabt für die Propaganda. Es ist wahrscheinlich, dass nur ein Bruchteil jüdischer Figuren bewusst und direkt für einen britischen oder amerikanischen Geheimdienst gearbeitet hatte. Es waren deutlich überwiegend nicht-jüdische Banker aus den USA, die sich an der Finanzierung der kommunistischen Revolution in Russland beteiligt hatten. Der ein oder andere jüdische Banker hoffte wohl, wie so viele andere Menschen auch, dass man in Russland eine positive Veränderung bewirken könnte, im Sinne der Ideale der Aufklärung. Und ganz normale Business-Überlegungen kamen dazu. Auch das Deutsche Reich unter den Hohenzollern hatte ein Vermögen an die Bolschewisten gegeben. Die anglo-amerikanische Propaganda jedoch ließ es so aussehen, als hätte der gleiche jüdische Illuminaten-Mega-Geheimdienst die Zaren gestürzt, der schon hinter der französischen Revolution steckte. Auch der Erste Weltkrieg wurde als das Werk der jüdischen Illuminaten beschrieben. Die extreme Rechte heutzutage basiert auf den gleichen Ideen, die auf die anglo-amerikanische Desinformation zurückgehen. Und oftmals werden sogar direkt die alten Texte noch gelesen, wie etwa der internationale Jude. Manche aus dem rechten Spektrum sind heute etwas weniger deutlich und sprechen eher vom linken Deep State und dem Geld, das der jüdisch-stämmige Milliardär George Soros in der linken Szene verteilt. In den USA gibt es auch eine große Neurechteströmung, die konservative bzw. neokonservative Juden und den Staat Israel als Partner betrachtet, gegen eine linke Weltverschwörung, zu der die demokratische Partei gehöre, China und manche Staaten der EU. Die drei bedeutendsten Verschwörungsautoren in den Jahren nach der französischen Revolution, Stark, Robeson und Baruel, hatten allesamt eine Verbindung zu der Wissenschaftsvereinigung Royal Society des Welfenaders. Und hatten interessanterweise alle drei nichts auszusetzen an der amerikanischen Revolution, obwohl jene doch auch eine monarchische Ordnung ablöste mit einer neuen Form der Regierung. Nach ihrer eigenen Logik und ihren eigenen Maßstäben hätten sie die amerikanische Revolution genauso kritisch als subversiven Umsturz aufklärerischer Kräfte brandmarken müssen. Aber die Welfen hatten die amerikanische Unabhängigkeit nur inszeniert und deshalb blieb das Thema in der gesteuerten Verschwörungsliteratur außen vor. 1784 wurden Adam Weishaupts Illuminaten von der bayerischen Regierung verboten, weil einige von der Polizei erbeuteten subversiven Schriften des Ordens auf verdeckte revolutionäre Bestrebungen hindeuteten. 1789 begann die französische Revolution, worauf die Illuminaten stark unter Verdacht gerieten, in die Vorgänge involviert gewesen zu sein. Unter den Illuminaten befanden sich mehrere ranghohe Welfen, die eng mit dem britischen Thron verwandt waren und demnach zu dem Kreis der Verdächtigen zählten, die den Untergang der französischen Monarchie bewirken wollten, wie Prinzen Karl von Hessen und Ferdinand von Braunschweig, sowie die Herzöge Ernst von Sachsen-Gotha und Karl August von Sachsen-Weimar. Es war für die Welfen dringend notwendig, sich öffentlich von revolutionären Bestrebungen zu distanzieren, den Verdacht auf französische Freimaurer und die katholischen Jesuiten zu lenken. Und dies war die Geburt der modernen Verschwörungsliteratur. Der Herzog von Braunschweig ließ 1794 ein Manifest an alle Freimaurerlogen verteilen, indem er die Geschichte erzählte, dass irgendwelche ganz geheimen Verschwörer aus Frankreich etwa das Freimaurertum infiltriert hätten und dass genau diese nebulösen Verschwörer verantwortlich seien für die französische Revolution und diverse Aufstandsbewegungen. Der Illuminat Ernst August von Göchhausen, ein herzoglich-sachsen-weimarischer geheimer Kamerad zu Eisenach, publizierte bereits 1786 anonym seine Enthüllung des Systems der Weltbürgerrepublik und stänkerte in dieser Schrift gegen katholisch-jesuitische Geheimorganisationen, die als Tarnung aufklärerische Strömungen verwenden würden. Karl von Eckartshausen, der ebenso wie Göchhausen ehemaliges Mitglied in Adam Weishaupts Orden war und später als mystizistischer Theosoph galt, veröffentlichte 1791 anonym das Pamphlet über die Gefahr, die den Thronen, den Staaten und im Christentume den gänzlichen Verfall droht durch das falsche System der heutigen Aufklärung und die kecken Anmaßungen sogenannter Philosophen, geheimer Gesellschaften und Sekten. Dann gab es Johann August von Stark und Leopold Alois Hoffmann. Johann August von Stark war ein deutscher Schriftsteller, einflussreicher Freimaurer und Generalsuperintendent zu Königsberg in Preußen. Im Jahre 1811 wurde er vom Großherzog von Hessen in den Adelsstand erhoben. Man kann sich vorstellen, dass das Haus Hessen äußerst unglücklich gewesen wäre, falls er es gewagt hätte, die Rolle von Welfengeheimdiensten im Hinblick auf die französische Revolution kritisch zu untersuchen. Er studierte Theologie und Orientalistik an der Welfenuniversität Göttingen unter Johann David Michaelis, ein Fellow der adeligen britischen Wissenschaftsvereinigung Royal Society. Ab 1763 war er Lehrer im russischen St. Petersburg. Das Zarenhaus Schleswig-Holstein-Gotthorff war eine Nebenlinie des Hochadelhauses Oldenburg. Der heutige britische Prinz William, Duke of Cambridge, gehört über seinen Vater und Großvater auch dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Lyxburg an, der Nebenlinie des Hauses Oldenburg. In St. Petersburg lernte Stark einen Grafen kennen, der Generalleutnant der kaiserlichen russischen Armee war. Dessen Freimaurerloge schloss sich stark an und später dann der strikten Observanz Karl Gotthelfs von Hund. Zunächst veröffentlichte er in der Zeitschrift Eudemonia Artikel über Aufklärungsphilosophen, Freimaurer und Illuminaten hinter der französischen Revolution. Die Eudemonia war die wichtigste Publikation im deutschsprachigen Raum für die Verbreitung dieser Sichtweisen. Sein Partner bei der Eudemonia war Leopold Alois Hoffmann, der in Kontakt kam mit Wiener Freimaurer und Illuminaten-Zirkeln. Im April 1783 wurde er in die Loge zur Wohltätigkeit aufgenommen und im November 1783 deren Sekretär. 1786 wurde er Mitglied der Loge zur neu gekrönten Hoffnung. Später lehrte er in Budapest und arbeitete nebenher für Polizeikommissar Franz Gotthardy von der politischen Geheimpolizei als Spion, wobei vor allem die Überwachung und das Ausspionieren der Umtriebe der Freimaurer, Illuminaten und Jesuiten seine Aufgaben waren. In Wien setzte er seine Propaganda und Spionagetätigkeit fort und genoss dabei hohes Ansehen bei dem Erzherzog Leopold II. von Österreich. Er wandelte sich öffentlich zu einem radikalen Kritiker der französischen Revolution, beschuldigte die Logen und Strömungen der Aufklärung, die Revolution bewirkt zu haben und denunzierte seine ehemaligen freimaurerischen und aufklärerischen Freunde und Brüder als Sympathisanten der subversiven Aufklärer. Die Habsburger wollten natürlich nicht dasselbe Schicksal erleiden wie die französische Monarchie und zu diesem Zweck sollte die Spionage irgendwelche Bedrohungen aus den verschiedenen Logen aufspüren. Die Frage ist allerdings, ob Hoffmann in erster Linie für die Welfen spionierte und die Habsburger infiltrierte. Schließlich folgte die Veröffentlichung von Starks Buch Triumph der Philosophie im 18. Jahrhunderte. Es orientierte sich im Wesentlichen an den kurz zuvor erschienenen Büchern von John Robeson und Abbe Baruel und untersuchte nicht die Rolle der Welfengeheimdienste bei der französischen Revolution. Stark und Hoffmann hatten zwar tiefe Einblicke in das Logenwesen der damaligen Zeit und Hoffmann war in dem Milieu sogar als Spion unterwegs, aber es wäre dennoch höchst naiv zu denken, dass sie in ihren veröffentlichten Texten objektive, professionelle Einschätzungen abgeliefert hätten über die Hintergründe der französischen Revolution. Es kann durchaus sein, dass Hoffmann abseits von seinem öffentlichen Geschwätz in der Publikation Eudemonia den Habsburgern in seinen geheimdienstlichen Berichten über Welfenspionage berechtet hatte. Theoretisch bestünde dann aber auch die Gefahr, dass er als Doppelagent im Auftrag der Welfen Desinformation an die Habsburger übermittelte. Wenn er als Doppelagent immer wieder den ein oder anderen radikalen Aufklärer aus einer Loge an die Habsburger verraten oder zumindest denunziert hat, wirkte er immer glaubwürdiger und erfolgreicher, hätte dementsprechend Zugang zu immer wichtigeren Informationen erhalten und hätte immer mehr Gehör gefunden für Desinformation. Vor ein paar Jahren veröffentlichte Klaus Oberhauser das Buch Die Verschwörungstheoretische Trias, Baruel, Robeson, Stark, wo er darlegt, wie ähnlich die Arbeiten der drei Autoren waren, ohne jedoch zu untersuchen, ob es sich um eine orchestrierte Kampagne von Welfengeheimdiensten handelte. Alle drei hatten Beziehungen zum Welfenadel und zur Royal Society. Stark bearbeitete das deutsche Publikum, Robeson das englischsprachige und Baruel das französische. Johann Joachim Christoph Bode. 1775 machte der Freimaurer Bode die Bekanntschaft der reichen Gräfin Caritas Emilie von Bernstorff und Witwe des berühmten dänischen Ministers Johann Hartwig Ernst Graf von Bernstorff. In Meiningen erhielt er von der dort regierenden Herzogin Charlotte Amalia den Titel eines herzoglich-sachsen-meiningischen Hofrates. Er kam auch in Kontakt mit Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel, der sein Ordensbruder bei den Illuminaten werden sollte. Später bekam Bode die Position eines Sachsen-Gotharischen Legationsrats sowie Hessen-Darmstädtischen Geheimrats. Auf dem großen Freimaurerkonvent von Wilhelmsbad, des strikte Observanzlogensystems von 1782, trat Bode bereits mit seiner Lieblingsidee auf, der Behauptung geheimer jesuitischer Einflussnahme auf die Freimaurerei. Als in den Tagen der französischen Revolution ein publizistischer Generalangriff auf Illuminaten und Freimaurer einsetzte, wurde Bode als unbekannter Oberer, als Beförderer des Umsturzes und als Verbindungsoffizier zwischen den Illuminaten und den französischen Jakobinern verleumdet. 1790 konterte Bode mit einer Übersetzung von Marquis de Luchettes reißerischem Bestseller Essay sur les Illuminae aus dem Vorjahr und veröffentlichte die Übersetzung mit seinen Anmerkungen anonym mit dem Titel Ist Cagliostro Chef der Illuminaten? Der Marquis war Teil des Welfenorbits. In einem Empfehlungsschreiben Voltaires versehen hatte sich der weltmännisch auftretende Marquis de Luchette im Jahr 1775 erfolgreich bei Hofe des Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel beworben. Schnell erwarb sich Luchette die Zuneigung des Fürsten und wurde innerhalb kurzer Zeit zum Direktor des französischen Theaters, zum Superintendanten der Hofkapellmusik und schließlich zum ständigen Sekretär der fürstlich hessischen Gesellschaft der Altertümer. Alessandro Graf von Cagliostro, der als möglicher Chef der Illuminaten bezeichnet wurde, war nur ein Hochstapler namens Giuseppe Balsamo und diente im Nachhinein als Ablenkungsmanöver. Viele Jahre später ergänzte die Verschwörungsautorin Nesta Webster das Ablenkungsmanöver mit Cagliostro um einen vermeintlichen jüdischen Hintermann. John Robison Der anerkannte britische Mathematiker und Physiker John Robison landete mit Proofs of a Conspiracy einen Bestseller, der internationale Gehör fand. Wegen seiner Mitgliedschaft bei der adeligen Wissenschaftsvereinigung Royal Society of Edinburgh und dem Freimaurerorden galt er für folgende Generationen von Verschwörungsautoren als eine Art früher Whistleblower, Insider und besonderer Kenner der Materie. Sein Enthüllungswerk war aber ein Ablenkungsmanöver und er präsentierte keine Informationen, die nicht ohnehin schon in Europa zirkulierten. Die bayerische Polizei hatte geheime Schriftstücke und eine Mitgliederliste von Adam Weishaupts Illuminatenorden erbeuten können und machte das Material öffentlich. Der revolutionäre Charakter der Schriften legte den Verdacht nahe, dass die Organisation sich beteiligt hatte an der französischen Revolution. Rangenhohe Welfen aus den Illuminaten stellten sich dumm und behaupteten, irgendwelche nebulösen Kräfte aus Frankreich oder von den Jesuiten hätten vielleicht unbemerkt die Illuminaten und diverse Freimaurerlogen infiltriert. Der Herzog von Braunschweig, Mitglied der Illuminaten und Großmeister der deutschen Freimaurerei, schickte 1794 ein dementsprechendes Manifest an alle Logen. Drei Jahre später erschienen die Verschwörungsbücher von Robinson, Baruel und anderen, die exakt diesem Tenor folgten. Wäre Weishaupts Orden nicht aufgeflogen durch Schlamperei und Informationslecks, wären die Illuminaten in der Verschwörungsliteratur wohl nur am Rande erwähnt worden. Die britische Krone hatte das klare Motiv besessen, mit geheimdienstlichen Methoden Frankreichs Monarchie anzugreifen und eine Revolution zu fördern. John Robinson ging dieser Spur jedoch nicht einmal ansatzweise nach. Er lobte in seinem Buch schamlos die britische Krone, das pseudomoderne britische Regierungssystem und das brave, obrigkeitshörige britische Freimaurer-System mit drei Graden. Dies soll wohl verschleiern, dass die Welfen nach wie vor das britische Reich fest in der Hand hielten und weitreichende Geheimdienste besaßen, die Operationen im Ausland durchführten. Den Franzosen wirft er vor, sich in Britanniens Kolonialangelegenheiten eingemischt zu haben, womit gemeint ist, dass Frankreich ein Vermögen versenkt hatte in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Damit will Robinson von Anfang an klarstellen, dass Frankreich ein Hort aufklärerischer Strömungen war und die französische Monarchie von eben jenen Ideen hinweggefegt wurde, die sie kurz zuvor noch in den 13 britischen Kolonien in Amerika gefördert hatte. Robinson stellt nicht die naheliegende Frage, ob sich die britische Krone vielleicht dafür gerecht hat, indem sie als Retourkutsche die französische Revolution förderte. Noch verheerender für Robesons Glaubwürdigkeit ist die Tatsache, dass er sich für Proofs oder Conspiracy mit allerhand Material hatte versorgen lassen, von dem Geheimagenten und Diplomaten Alexander Horn, der eng mit der Familie Thurn und Taxis in Deutschland arbeitete, die wiederum der britischen Krone nahe stand. Karl Alexander von Thurn und Taxis heiratete die Tochter von Erbprinz Herzog Karl zu Mecklenburg und Friederike von Hessen-Darmstadt. Der Erbprinz hatte niemand anderen als den englischen König George III, haut zum Schwager und diente in der hannoverschen Armee. 1776 wurde er sogar Gouverneur von Hannover. Friederike war eine Tochter des Prinzen Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt, dessen Fürstentum mit Hessen-Kassel in adeliger Verbindung stand. Hessen-Kassel wiederum war eng verbunden mit dem Haus von Hannover, vom britischen Königshaus und darüber hinaus förderte Hessen-Kassel die Karriere von Baron Knigge, dem zweitwichtigsten Mitglied des Illuminatenordens. Weishaupt selbst flüchtete nach dem Verbot des Illuminatenordens aus Bayern nach Sachsen-Gote-Altenburg. 1771 machte Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel den jungen Knigge zum Hof Juncker und Assessor der Kriegs- und Domänenkammer zu Kassel. Der Landgraf soll Knigge sogar eine Ehefrau vermittelt haben. Auch nach seiner Illuminatenzeit wurden ihm Jobs zugeschanzt, wie etwa der Posten eines Oberhauptmanns der Großbritannisch-Hannover-Regierung. In seinem berühmten Buch über den Umgang mit Menschen schrieb er enttäuscht über Geheimgesellschaften. Zitat Zitat Ende Zitat Ende Der junge Weishaupt verließ das Jesuitenkolleg Ingolstadt im Alter von 15 Jahren und wurde von Christian Wolfs Schüler Johann Adam von Iggstadt adoptiert und im Geiste der aufgeklärten Wolfschen Philosophie erzogen. Wolf war Mitglied der britisch-königlichen Wissenschaftlervereinigung Royal Society, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für Spionage benutzt wurde, befand sich zeitweise in der Welfenhochburg Hessen und lehrte an der Welfenuniversität Marburg. Adams Vater hatte Rechtswissenschaften in Würzburg studiert, bei Johann Adam von Iggstadt, ein Mann der Aufklärerszene. Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn Buchheim ernannte Adam Weishaupts Vater zum öffentlichen Co-Repetor der Rechte und zum außerordentlichen Lehrer für Rechtsgeschichte. Die von Schönborns stiegen in den Hochadel auf und hatten Verbindungen zu den Häusern Schaumburg, Dietz und Nassau-Weilburg. Adam studierte an der Universität Ingolstadt Geschichte, Rechte, Staatswissenschaften und Philosophie und wurde 1768 zum Doktor der Philosophie promoviert. 1772 wurde er außerordentlicher Professor der Rechte, 1773 dann ordentlicher Professor für Kirchenrecht in Ingolstadt. Anscheinend fiel den katholischen Autoritäten in Ingolstadt zunächst nicht besonders auf, dass er aus einem Umfeld von Aufklärern stammte. 1777 wurde er Freimaurer in der Loge zur Behutsamkeit in München und trug hier den Ordensnamen Sanjoniaton. Über den Marchese di Konstantin Constanzo bekam man die Erlaubnis der Berliner Großloge Royal York für die Münchner Loge Theodor zum guten Rat, erklärte diese daraufhin für unabhängig und überführte sie in den neuen Illuminatenorten. Die Illuminatenmitglieder patzten bei ihrem konspirativen Vorgehen und so wurden geheime Mitgliederlisten und andere interne Schriften von der bayerischen Polizei beschlagnahmt und veröffentlicht. Adam Floh, Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg, ein Welfe und seit 1783 Mitglied der Illuminaten unter dem Ordensnamen Quintus Severus bzw. Timo Leon, gewährte ihm in Gotha Asyl. Die Ironie ging an vielen Beobachtern nicht vorbei. Der angebliche Aufklärer, der die Welt von dem Joch des Absolutismus befreien wollte, flüchtete sich zu einem mächtigen Welfen und wurde von diesem finanziert. Es wäre höchst gefährlich gewesen, wenn Weishaupt in Gefangenschaft geraten wäre und weitere Informationen preisgegeben hätte. Möglicherweise sicherte sich Weishaupt rechtzeitig ab vor seinen Auftraggebern von den Welfen mit Hilfe von belastenden Dokumenten, die im Falle eines Attentats auf ihn oder einer Gefangennahme an die Öffentlichkeit gelangen würden, ein sogenannter Deadman-Switch. Für die Welfen wäre es am angenehmsten gewesen, Weishaupt einfach heimlich umzubringen, sich öffentlich von seinem Wirken zu distanzieren und zu behaupten, man sei von Weishaupt und irgendwelchen ominösen französischen Kräften getäuscht worden. Stattdessen durfte Weishaupt in Gotha leben mit dem Titel und der Pension eines Hofrates. Er veröffentlichte fortan eine Reihe von Texten, die den Illuminatenorden verharmlosten, was ihm wohl so von den Welfen befohlen wurde. Die Prinzen Karl von Hessen und Ferdinand von Braunschweig sowie die Herzöge Ernst von Sachsen-Gotha und Karl August von Sachsen-Weimar waren Mitglieder des Illuminatenordens. Ernst nutzte die Gotha-Illuminatenloge sogar als geheimes Schattenkabinett. Papst Pius VI. war über die Angelegenheit nicht gerade amüsiert und erklärte in zwei Briefen an den Bischof von Freising die Mitgliedschaft im Illuminatenorden als unvereinbar mit dem katholischen Glauben. Im Vorwort seines Buches erklärt Robinson, dass er in seiner englischen Heimat in jungen Jahren so manche harmlosen und eher langweiligen Erfahrungen gesammelt hätte in Freimaurerlogen, dagegen aber in Logen auf dem europäischen Festland Dinge erlebte, die seiner Ansicht nach überhaupt nicht in das System der Freimaurerei gehören. Er lobte also das gute und brave britische Freimaurertum auf der einen Seite und verdammte die düsteren, subversiven Logen in Deutschland und Frankreich auf der anderen Seite. Genau diese Darstellung war das, was die Welfen verbreiten wollten. Robinson besuchte nach eigenen Angaben unter anderem Logen in der französischen Stadt Liège in Berlin und Königsberg, wo ihm Begeisterung entgegengebracht wurde und wo ihm große Fortschritte bei seiner freimaurerischen Erleuchtung versprochen wurden. Ihm wären aber die angebotenen Inhalte und versprochenen neuen Grade jedoch zu irrational, zu frivol, zu fanatisch, zu teuer und zu zeitintensiv gewesen. Sehr viele angesehen und einflussreiche Männer hingegen stürzten sich auf jeden neuen, noch so obskuren Trend, der in den vielen neuen Logen präsentiert wurde. Europaweit, so Robinson, freunden die Freimaurer zunehmend schrägen und heiklen Ideen, die außerhalb der Logen zu öffentlicher Häme und zu staatlicher und kirchlicher Zensur geführt hätten. Es grassierten natürlich auch Revolutionspläne zum Sturz der französischen Monarchie, getarnt mit aufklärerischen Idealen. Für die gewöhnlichen britischen Freimaurer galt es als Regel in der Loge keine kritischen Diskussionen über die Regierung und die Kirche zu führen. Wir können also festhalten, dass eines der wichtigsten Werke der Verschwörungsliteratur zurückgeht auf eine obskure Reihe an Texten, nicht unbedingt nachvollziehbare Quellen, nicht auffindbare Bücher, die Einflüsterungen eines britischen Spions, sowie die schwammigen Beobachtungen von Robinson in diversen europäischen Logen. Wie viel Einfluss Weishaupt auf die französische Revolution hatte, schätzt Robinson nicht einmal konkret ein. Er zeigt lieber mit dem Finger auf die französischen Offiziere und Funktionäre, die zeitweise in Amerika tätig gewesen waren und dort den Duft der Unabhängigkeit geschnuppert hätten. Abermals bemüht Robinson das Argument, die französische Monarchie sei hinweggefegt worden mit den gleichen aufklärerischen Ideen, die sie zuvor in den 13 britischen Kolonien in Amerika fördern ließ. Außerdem erwähnt er die Anhäufung von Schuldenbergen und die neuen Steuern, die erhoben wurden von den Bourbonen. Nur ein Funke sei nötig gewesen, um die Revolution in Gang zu bringen. Aus geheimdienstlicher Sicht braucht es aber weit mehr als einen Funken und günstige Umstände für einen Umsturz, sondern lange vorbereitete subversive Operationen, das Etablieren von Spionageringen und die Anwerbung von genügend bedeutenden Leuten, die man für einen Umsturz benötigt. Anstatt nüchtern und geheimdienstlich zu analysieren, was vorgefallen war, tischt uns Robinson eine selektiv aufbereitete Geschichte der Illuminaten auf und lädt uns dazu ein, in einem Labyrinth herumzuirren. Er stichelt lieber gegen korrupte französische Logen, die zwecks des Umsturzes einfache Wachleute des Palastes und ähnliche Figuren umschmeichelten und zu Freimauern machten. Auf Seite 296 warnt er gar vor einer französischen Weltverschwörung. Robesons zweifelhaftes Buch wurde in alle Windrichtungen verbreitet und stieß auch in Amerika auf Gehör bei George Washington oder dem Senator Seth Payson, der 1802 den an Robeson angelegten Text Proof of the Illuminati veröffentlichte. Augustin Abbé Baruel Während Robeson das protestantische und freimaurische Publikum bediente, kümmerte sich Augustin Baruel um die Katholiken und schuf fast zur gleichen Zeit eine Bestsellerbuchreihe, die in ganz Europa und in den USA für mächtig Wirbel sorgte und bis weit in das 20. Jahrhundert fleißig und unkritisch zitiert wurde von Verschwörungsautoren. Baruel stammte aus einer alten Adelsfamilie, trat in jungen Jahren den katholischen Jesuiten bei und arbeitete nach dem Verbot des Ordens als Hauslehrer in Frankreich in hochadeligen Häusern. In London bekam er Hilfe von dem adligen Parlamentsabgeordneten und Freimaurer Edmund Burke, der als großer Kritiker der französischen Revolution galt, nicht aber als Kritiker der amerikanischen Revolution. Burke heiratete die Tochter von Dr. Christopher Nugent, einen Mediziner und Fellow der Wissenschaftsvereinigung Royal Society, deren Ableger in Edinburgh einst John Robeson zum Präsidenten hatte, den Autor von Proofs of a Conspiracy. Später wurde Burke Privatsekretär des Chief Secretary for Ireland und danach Privatsekretär des britischen Premierministers Charles Watson Wentworth, der Second Marcus of Rockingham, ausgezeichnet mit dem Order of the Garter, Mitglied im Kronrat und Fellow der Royal Society. Später wurde Burke selbst Mitglied im Kronrat. 1797 und 1798 erschien Baruels vierbändige Reihe Memoir pour servir à l'histoire du jacobinisme, die in mehreren Übersetzungen zum Bestseller wurde. Ohne Zugang zu besonderen Quellen und ohne direkt im Umfeld der Illuminaten geforscht zu haben, konnte Baruels eigentlich überhaupt nichts Neues erzählen. Die britische Spur verfolgte er seltsamerweise auch nicht, obwohl er als katholischer Jesuit eigentlich höchst misstrauisch hätte sein sollen. 1798 trug die Reihe in den Vereinigten Staaten zu einer regelrechten Illuminatenpanik bei, als konservative Geistliche, die demokratisch-republikanische Partei und namentlich deren Gründer Thomas Jefferson bezichtigten, Agenten der Illuminaten zu sein. Baruels beschuldigte neben Adam Weishaupts Illuminatenorden noch die französischen Jakobiner, diverse Freimaurerlogen des europäischen Festlands und den preußischen Hohenzollernkönig Friedrich II. Die Welfen und generell britische Geheimdienste werden nicht untersucht. Leo Taxil Der Franzose Marie-Joseph-Gabriel-Antoine-Jogan-Pagé alias Taxil war als Kind noch von Jesuiten erzogen worden, verließ aber später den Katholizismus und veröffentlicht eine Reihe an sensationalistisch aufbereiteten Fake-Enthüllungen über die Kirche. Er versuchte es erfolglos bei den Freimauern, kehrte 1885 wieder in die Kirche zurück und begann Ende der 1890er Jahre in seinen Schriften mit allerhand erfundenen Gräuelgeschichten über Teufelsanbetung das Freimaurertum zu verdammen. Das erste Enthüllungsbuch, das Taxil veröffentlichte, war eine vierbändige Geschichte der Freimaurerei, die fiktive Augenzeugenberichte über ihre Beteiligung am Satanismus enthielt. Auffällig ist, dass Taxils Geschichten immer absurder wurden, obwohl er damit seine Glaubwürdigkeit unnötig sabotierte. Die besseren Fälschungen von Taxil wirkten auch relativ plausibel, wie man einem folgenden Beispiel erkennen kann. Zitat, bevor ein Mann zu den höheren Graden zugelassen wird, werden ihm die Augen verbunden und er wird in einen Raum gebracht, in dem ein lebendes Schaf auf dem Boden liegt. Maul und Füße des Tieres sind gesichert und es ist sauber rasiert, sodass sich seine Haut bei Berührung wie die eines Menschen anfühlt. Neben dem Tier wird ein Mann platziert, der schwer atmet, zappelt und gegen imaginäre Feinde kämpft. Dem Kandidaten wird zu verstehen gegeben, dass der Körper des Schafes der eines illoyalen Freimaurers ist, der die Geheimnisse des Ordens verraten hat und nach einem alten Gesetz sterben muss. Wobei der Kandidat zum Henker gemacht wird als Warnung. Dann wird ihm ein großes Messer gegeben und nach einer Zeremonie wird er überredet, den Verräter zu töten, d.h. das Messer wiederholt in den Körper des Schafes zu stechen, den er für den Körper eines ihm unbekannten freimaurerischen Bruders hält. So ist jeder Freimaurer zumindest im Geist ein Mörder, wenn nicht sogar tatsächlich, denn manchmal nehmen verräterische Freimaurer den Platz des Tieres ein. Zitat Ende. Diese Fälschung kommt ohne übernatürliches Bremborium aus und klingt spannend. Auch das Zitat, das er Albert Pike unterschob, einem wichtigen Mitglied des schottischen Freimaurerritus, ist eine recht gute Fälschung. Zitat Ihnen, souveräne große Generalinspektoren, sagen wir dies, damit sie es den Brüdern vom 32., 31. und 30. Grad wiederholen können. Die freimaurerische Religion muss von uns allen, die wir eingeweihte der hohen Grade sind, in der Reinheit der luziferischen Lehre bewahrt werden. Zitat Ende. Taxil benutzte mehrere Pseudonyme, um seine Aktivitäten besser zu tarnen. Seltsamerweise erfand Taxil immer absurdere Geschichten von schwebenden Tischen und Menschen, die sich in Krokodile verwandeln. Der Vatikan biss den Köder an und verlieh Taxil an hohen Orden. Seine fiktive Quelle für Insider-Informationen war Diana Vaughn, eine Aussteigerin aus dem non-existenten Kult der Palladisten, die im Kontakt mit Dämonen gestanden haben und magische Kräfte besessen haben soll. 1896 flog der Schwindel auf, als die Kölnische Volkszeitung über ihn berichtete und so blieb ihm nichts anderes übrig, als ein Jahr später seinem Publikum mit dem Geständnis zu schockieren, dass seine Arbeit ein absichtlicher Schwindel war, es sich bei Diana Vaughn nur um seine Sekretärin handelte und er nur zum Scheinen wieder Katholik geworden war. Taxil behauptete, er hätte all die Lügen nur aus Spaß und wegen Geld erzählt und das Publikum hätte ihn zu immer hochtrabenderen Lügen getrieben. Es besteht der Verdacht, dass Taxils Werke Auftragsarbeiten waren, die möglicherweise den Vatikan und Kritiker der Freimaurer bloßstellen sollten. Taxils zahllose Lügen hatten sich längst verbreitet in allen möglichen weiteren Verschwörungsbüchern, wurden mit viel Fantasie weitergesponnen und oftmals mit völlig anderen Quellenangaben versehen. Die Protokolle von Zion Die Protokolle der Treffen der gelehrten Alten von Zion sind ein zusammengefälschter Text aus Russland, ungefähr aus dem Jahr 1900, der etwas später von einflussreichen Amerikanern und einem Massenpublikum zugänglich gemacht wurde und die Literatur über Verschwörungen bis heute stark beeinflusst. Die Autoren der Protokolle wiederum waren selbst beeinflusst worden durch ältere Verschwörungsliteratur und hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich den ganzen Text auszudenken, sondern übernahmen Teile aus einer Satire von Maurice Jolie aus dem Roman Biarritz und aus Theodor Herzls Der Judenstaat. Der Text an sich ist ein Durcheinander und lahmes Gefasel, das praktisch von jeder Person hätte verfasst werden können, die vertraut war mit der gängigen antisemitischen Literatur. Im Prinzip sind die Protokolle so konstruiert worden, dass sie als Gegenstück und scheinbare Bestätigung der vorherigen Verschwörungsliteratur wirkten. Der gleiche billige Trick wurde auch schon eingesetzt, um Verschwörungsliteratur gegen die Katholiken bzw. Jesuiten aufzupeppen und zu ergänzen. Das Buch Foxes and Firebrands von Robert Ware aus dem Jahr 1689 behauptete, Jesuiten hätten einen geheimen Eid geschworen, in dem es heißt, Zitat, Ich verspreche und erkläre ferner, dass ich, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, heimlich und offen einen unerbittlichen Krieg gegen alle Ketzer, Protestanten und Freimaurer führen werde, wie es mir aufgetragen wurde, um sie vom Angesicht der ganzen Erde auszurotten. Dass ich weder Alter, Geschlecht noch Zustand schonen werde, dass ich diese berüchtigten Ketzer hängen, verbrennen, kochen, häuten, erwürgen und lebendig begraben werde, die Bäuche und Leiber ihrer Frauen zerreißen und die Köpfe ihrer Säuglinge gegen die Wände schlagen werde, um ihre abscheuliche Rasse zu vernichten. Wenn dasselbe nicht offen getan werden kann, werde ich heimlich den giftigen Becher, den Strick zum Erdrosseln, den Stahl des Ponjats oder die bleiernde Kugel verwenden, ungeachtet der Ehre, des Ranges, der Würde oder der Autorität der Personen, unabhängig von ihrem Zustand im Leben, sei es öffentlich oder privat, wie ich jederzeit von irgendwelchen Agenten des Papstes oder des Oberen der Bruderschaft des Heiligen Vaters der Gesellschaft Jesu dazu angewiesen werden kann. Zitat Ende. Die einzelnen Protokolle von Zion sind weder thematisch noch sonst irgendwie stringent geordnet, sondern wiederholen nur das immer gleiche Gerede, wie man die Presse und die Finanzwelt und Politik kontrollieren würde. Protokoll Nummer 1 besteht nur aus allgemeinen Phrasen zum Thema Macht versus Freiheit und wie manipulierbar die Masse der Bevölkerung sei. Protokoll Nummer 2 verlautbar, dass die Judenverschwörung die Kontrolle über die Presse und über Gold besäße. Protokoll Nummer 3 dreht sich um die Vernichtungsabsicht gegenüber Nichtjuden. Protokoll Nummer 4 ist mehr allgemeines Gerede. Protokoll Nummer 5 handelt davon, wie die Nichtjuden zu zerstritten sein, um eine Koalition gegen die Judenverschwörung zu bilden. Außerdem würde man Verwirrungstaktiken benutzen, damit die Leute Politik nicht richtig verstehen können. Protokoll Nummer 6 redet davon, dass die Aristokratie keine politische Macht mehr besäße, sie aber wegen ihrem Reichtum immer noch eine potenzielle Bedrohung darstellt. Genau dieser Gedanke verleitete auch die Nationalsozialisten zur Kooperation mit den Welfen. Protokoll Nummer 7 beschreibt, dass man problematische Länder automatisch in Kriege mit den Nachbarstaaten verwickeln möchte. Antisemiten lassen prinzipiell jeden bedeutenden Kriegsausbruch der Judenverschwörung an. Protokoll Nummer 8 handelt von der Juristerei und Ökonomie, die die Judenverschwörung für ihre Zwecke benutzen will. Protokoll Nummer 9 enthält diverse Punkte, die bereits in vorherigen Protokollen mehrfach abgehandelt wurden. Protokoll Nummer 10 ist noch mehr schwammiges Gerede darüber, wie man gezielt das Gift des Liberalismus ausgebracht habe, um Staaten und Gesellschaften zu zersetzen. Politiker, die man erpressen kann, würden gezielt gefördert werden. Protokoll Nummer 11 verspricht, nach all dem Gerede über den Ist-Zustand der jüdischen Weltverschwörung aus den ersten 10 Protokollen endlich die Strategie zu offenbaren für die Zukunft, um endgültig und unwiderruflich die Weltherrschaft zu sichern. Aber man erfährt nichts, was nicht schon zuvor behandelt wurde. Protokoll Nummer 12 dreht sich wieder um Kontrolle über die Presse. Irgendwelche tieferen Einblicke erhält man nicht. Es geht immer so weiter bis einschließlich Protokoll Nummer 24. Für eine Fälschung ist die Qualität Hunds miserabel und es ist offensichtlich, dass man sich damit kaum Mühe gegeben hat. Es war vielmehr die Aura, die man um die Protokolle herum schuf, die die Wirkung ausmachte, nicht der eigentliche Text. Die Protokolle verraten kein einziges tatsächlich nachprüfbares Geheimnis, keine einzige geheime Technik oder Methodik. Es lässt sich damit kein einziger jüdischer Agent enttarnen und keine einzige konkrete Operation. Der nachrichtendienstliche Wert dieser Enthüllung ist also Null, was eben typisch ist für eine komplette Fälschung. Wenn wir die Protokolle vergleichen mit Viktor Ostrowskis Enthüllungsbuch über den israelischen Geheimdienst Mossad, dann erkennen wir, dass Ostrowski tatsächlich geheime Operationen, Namen und Methoden verrät. Bei einer guten Fälschung sind interessante Geheimnisse enthalten, die verraten werden. Die Protokolle sind leer und hohl, deshalb wurden auch in verschiedenen Printeditionen so viele Vorwörter, Kommentare und ausführliche Schlusswörter angefügt, sowie vermeintlich neu entdeckte Zusatzprotokolle, um die Fälschung irgendwie interessanter und überzeugender aussehen zu lassen. Es ist der typische Effekt der Echokammer und Filterblase, wenn jemand nur noch antisemitische Texte liest und in der Welt dann überall scheinbare Bestätigungen sieht. 1919 veröffentlichte die amerikanische Zeitung Philadelphia Public Ledger übersetzte Auszüge aus den Protokollen unter dem Titel Rote Bibel, die etwas umgeschrieben wurden, damit es aussah wie ein Dokument der russischen Bolschewisten. Der verantwortliche Carl W. Ackerman bekam später ausgerechnet den Chefposten bei der Journalismusfakultät der elitären Columbia University, die ursprünglich von dem britischen König George II. gegründet worden war. Der Besitzer der Zeitung war der unglaublich reiche Cyrus H. K. Curtis und von 1918 bis 1921 war auch der ehemalige US-Präsident William Howard Taft ein Autor. Taft war Mitglied der gefährlichen Geheimorganisation Skull & Bones, die sich rege beteiligt hatte an der bolschewistischen Revolution in Russland und der Versorgung des neuen sowjetischen Regimes mit westlichem Geld und westlicher Technologie. Skull & Bones wurde später vom Historiker Anthony Sutton entlarvt anhand von Originaldokumenten. Skull & Bones geht zurück auf den Einfluss der britischen Krone. Hier hatten wir also Journalisten aus einem Milieu, das mit geheimdienstlichen Methoden Russlands Zarenherrschaft beendete und den Sowjet-Kommunismus unterstützte. Und genau diese Journalisten verbreiteten als Ablenkungsmanöver die gefälschten Protokolle von Zion über eine jüdische Weltverschwörung zur Etablierung des gottlosen Kommunismus und zur Auflösung von Nationen. Jedes Mal also, wenn das britische Imperium irgendwo auf der Welt eine bedeutende Geheimoperation für den Umsturz einer bestehenden Ordnung vornahm, lancierten die britischen Geheimdienste gleichzeitig in der Öffentlichkeit verlogene Bücher und Pamphlete, um die Aufmerksamkeit auf jemand anderen zu lenken. Harris A. Houghton, ein Mitglied des amerikanischen Militärgeheimdienstes, ließ 1920 eine komplette englische Übersetzung der Protokolle anfertigen und verbreiten. Zu diesem Zweck schuf er die Tarnfirma The Beckwith Company und verlegte auch noch Bücher wie Nesta Websters Bosch & Bolshevik. Das Geld für Houghtons Verlagsaktivitäten kam wahrscheinlich von der Organisation American Defense Society, deren Ehrenpräsident der ehemalige US-Präsident Theodore Roosevelt war. Als Vorsitzender diente Richard Melanchthon Hurd, Absolvent der Universität Yale und Mitglied der geheimen Organisation Skull & Bones. In Großbritannien erschien die erste englische Ausgabe der Protokolle 1920. Es gab eine ausführliche Berichterstattung in der Zeitung The Morning Post in London. Daraus entstand noch das Buch The Cause of World Unrest, an dem Nesta Webster, George Shanks und die Hälfte der Angestellten der Zeitung mitarbeiteten. Shanks hatte die allererste Übersetzung der Protokolle vom Russischen ins Englische vorgenommen, möglicherweise mit der Hilfe von Graf Cherub Spiridovich, der unter den Zaren als General gedient hatte. Der Graf schrieb auch das Buch Secret World Government or the Hidden Hand, in dem er 300 jüdische Familien als den Kern der Verschwörung benannte und das wohl eine Inspiration war für die Legende vom Komitee der 300 und das entsprechende Werk von John Coleman. Laut Lord Alfred Douglas haben einflussreiche Männer wie Henry Ford und Zeitungen wie die Financial Times dem Grafen geholfen, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Die Morning Post wurde geleitet von Lilius Borthwick, die Frau von Seymour Henry Bathurst, 7th Earl Bathurst, ein Deputy-Lieutenant des Königshauses. Unter ihrer Führung war die Zeitung erzkonservativ, imperialistisch, protektionistisch, militäristisch und antisemitisch. Am 7. April 1924 wurde die Zeitung an den umtriebigen antisemitischen Verschwörungspublizisten Alan Percy, den 8. Herzog von Northumberland, Träger der höchsten britischen Orden, um ein Konsortium prominenter Konservativer verkauft. Victor E. Morstan war bei der Zeitung der Russland-Korrespondent gewesen und soll ebenfalls bei der Übersetzung geholfen und sich zeitweise mit dem Prinzen von Wales getroffen haben. In der Veröffentlichung der Protokolle von Morstan finden wir ein Nachwort des adeligen Lord Sydenham, der mit mehreren der höchsten britischen Orden ausgezeichnet war, indem es für bedeutungslos erklärt wird, dass der Text von anderen Quellen abgekupfert worden war. Sydenham verwendet das Argument, dass die Protokolle mit tödlicher Genauigkeit die kommenden Geschehnisse unter anderem bei der kommunistischen Revolution in Russland vorausgesehen hätten. Dies bedeutet aber, dass er die kommunistische Revolution wiederum gemäß der Protokolle interpretiert. Er dreht sich also argumentativ im Kreis, obwohl ein gebildeter Mann wie er eigentlich hätte verstehen müssen, dass eine zirkuläre Argumentation Unsinn ist. Der Text der Protokolle ist extrem schwammig und ungenau, aber Sydenham erklärt, dass die Vorhersagen auf den Buchstaben genau eingetroffen wären. Er bedankt sich bei dem amerikanischen Autobauer Henry Ford für dessen hervorragende weitere Enthüllungen als Ergänzung zu den Protokollen. Ford unterstützte aber nicht nur das nationalsozialistische Regime, sondern baute interessanterweise auch in der Sowjetunion, also dem vermeintlichen Moloch der jüdischen Illuminaten, kriegswichtige Fabriken. Einem Massenpublikum in Amerika wurden die Protokolle bekannt durch Ford, denn er bezahlte den Druck von zahllosen Exemplaren und machte zudem noch den deutschen Nazis schöne Augen. Natürlich dienten ihm die Protokolle als Ablenkungsmanöver und lenkten die Aufmerksamkeit auf eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Um den Effekt zu verstärken, veröffentlichte Ford gleich noch das Buch Der internationale Jude, welches auf den Protokollen aufbaut. Praktisch alle negativen Entwicklungen werden einer jüdischen Verschwörung nicht jedoch dem angloamerikanischen Imperium zugeschrieben. Die zahlreichen Leser der Protokolle verdächtigen in aller Regel Familien wie die Rothschilds, die Pläne aus den Protokollen umzusetzen. Dass die bedeutenden jüdischen Clans vom britischen Imperium genauso aufgebaut worden waren wie nichtjüdische Raubbarone, erfuhr das Publikum nicht. Nachdem eine britische Zeitung in den 1920er Jahren aufgedeckt hatte, dass die Protokolle eine Fabrikation waren, fielen die Reaktionen unterschiedlich aus. Eines der am häufigsten genannten Argumente, welches sich auch bei Henry Ford sowie in späterer Verschwörungsliteratur findet, lautet, dass es egal sei, ob die Protokolle gefälscht wurden oder nicht, weil die darin enthaltenen Pläne von den jüdischen Verschwörern genau wie beschrieben in der Welt umgesetzt worden wären. In manchen späteren Verschwörungsbüchern wurden die Protokolle in veränderter Form abgedruckt, wobei Begriffe wie Juden und Goyim, also Nichtjuden, ersetzt wurden durch Illuminaten und Untertanen. Milton William Cooper druckte in seinem Bestseller Behold a Pale Horse 1991 den gesamten Text im Original ab, mitsamt dem Kommentar, man müsse das Wort Juden jedes Mal durch Illuminaten ersetzen. Der internationale Jude. Einflussreiche Antisemiten aus Amerika und britische Hochadelige besaßen genügend Möglichkeiten, nach konkreten Beweisen für tatsächliche kriminelle Handlungen jüdischer Individuen und Netzwerke zu suchen, um mithilfe von Anwälten und sympathisierenden Staatsfunktionären gegen diese Individuen und Netzwerke vorzugehen. Stattdessen wurden lediglich hohle und zahnlose Pamphlete gedruckt, die keine gerichtsverwertbaren Beweise enthielten, mit denen man auch nur einen einzigen lausigen Durchsuchungsbefehl hätte erwirken können oder gar eine Verurteilung vor Gericht. Nur in Europa entwickelten die Pamphlete durch die Nazis eine verheerende Wirkung, bis hin zum Holocaust. Henry Fords Publikation Der internationale Jude Ein Weltproblem von 1920 basierte auf den Protokollen und wurde in verschiedenen Sprachen in hohen Auflagen veröffentlicht. Es handelt sich um die Zusammenstellung von 91 Artikeln verschiedener Autoren. 1922 erschien die deutsche Übersetzung im Leipziger Hammer Verlag des antisemitischen Verlegers Theodor Fritsch. Ein Verkaufserfolg in der völkischen Szene und bei der NSDAP. Gleich zu Beginn widmet sich der erste Aufsatz der Frage, wie es überhaupt Juden gelungen sein soll, die Finanzmacht in den USA zu übernehmen. Eine Aufschlüsselung mit verlässlichen Quellen, wie viel Finanzmacht Juden denn angeblich im Jahr 1920 besessen haben sollen, gibt es nicht. Stattdessen der Verweis, dass die einflussreichen amerikanischen Juden einfach zu den europäischen Juden gehörten, die bereits ultrareich gewesen seien. Welche europäischen Juden sollen das sein? Wir erfahren es nicht. Was auch fehlt, ist eine überzeugende Antwort darauf, warum der jüdische Durchmarsch in den USA nicht aufgehalten wurde, wenn doch so wenige jüdische Familien existierten, die zu den Subbereichen gehörten. Im dritten Aufsatz fällt auf, dass die amerikanische Revolution nicht als das Werk jüdisch-kommunistischer Illuminaten beschrieben wird, obwohl doch laut der gängigen Sichtweise die Revolutionäre mit Slogans über Freiheit und Gleichheit sich vom britischen Adel lossagten und die alte Ordnung zerstörten, zugunsten von Demokratie und Kapitalismus. Europäische Juden sollen einfach amerikanische Juden finanziert haben, um die amerikanische Wirtschaft sukzessive aufzukaufen, ohne dass dieser Plot bemerkt und aufgehalten worden sei. Wie in zahllosen anderen Verschwörungstexten wird der Eindruck erweckt, Nichtjuden hätten geheimdienstlich völlig versagt, während Juden ungehindert geheimdienstliche Wunder vollbracht hätten. Es wird wieder das Argument benutzt, Juden hätten irgendwelche herausragenden geheimdienstlichen verschwörerischen Fähigkeiten besessen. Es heißt weiterhin, Zitat, der Jude ist der einzige und ursprüngliche internationale Kapitalist. Zitat Ende. Diese Aussage ist völlig falsch und irreführend. Auch die finanziellen Tricks und Kniffe, die genannt werden, gehören zum Standortrepertoire unzähliger Gruppen und wurden nicht von Juden erfunden. Juden würden in besonderem Umfang nicht jüdische Strommänner verwenden, heißt es, ohne jedoch ein einziges Beispiel dafür zu nennen. Statt der behaupteten Diskretion sah man, wie beispielsweise die Rothschilds das Rampenlicht geradezu suchten, riesige Paläste bauten und Partys veranstalteten für die High Society. Es stand unzähligen Individuen und Gruppen, darunter natürlich auch dem Adel frei, sich im Bankenwesen zu betätigen. Aus irgendeinem unerfindlichen, nicht genannten Grund soll jedoch den Juden das Feld überlassen worden sein. Nachrichtendienstlich seien Juden immerzu schneller und besser informiert gewesen als andere, was wohl eine Anspielung ist auf den Rothschild-Waterloo-Mythos. Belege werden keine geliefert, sondern der Leser bekommt nur den Hinweis auf viele Autoren im Mittelalter, die darüber geschrieben hätten. Antisemitische Literatur verwendet also standardmäßig antisemitische Literatur als Quelle und betrachtet die schiere Masse an Veröffentlichungen innerhalb dieser Echokammer und Filterblase als eine Art Wissenschaftsfeld. Der britische Adel, so heißt es, hätte sich komplett verschuldet bei den jüdischen Geldverleihern, ohne Quellen oder eine Übersicht zu liefern und ohne Erwähnung des Rothschild-Waterloo-Mythos. Im zweiten Aufsatz geht es um die Zerfallserscheinungen in Deutschland, die selbstverständlich dem Judentum angelastet werden. Germanen und Juden seien im Grund verschieden und sich in Deutschland besonders fremd wird erklärt, was eine komplette Verdrehung der Tatsachen ist, denn deutsche Juden bzw. jüdischstämmige Deutsche zählten zu den am meisten assimilierten Juden der Welt. Diejenigen Länder wird erklärt, die am meisten unter jüdischem Einfluss standen, gemeint sind wohl die USA und Britannien, hätten Deutschland im Ersten Weltkrieg am schlechtesten behandelt. Mit dieser altbekannten Masche gelang es der angloamerikanischen Propaganda, rechte Kreise in Deutschland zu umgarnen und dafür zu sorgen, dass die Wut der Deutschen sich nicht gegen den Welfenadel richtete. Juden sollen die einzigen Gewinne des Krieges gewesen sein, so die groteske Einschätzung. Genau wegen diesem Unfug konnten Adelige die Nationalsozialisten manipulieren und den Eindruck erwecken, hohe Kreise in Britannien und den USA seien den Nazis gewogen und würden zulassen, dass Deutschland sich nach Osten ausbreitet und sogar gegen die vermeintlich jüdisch dominierte Sowjetunion kämpft. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu einer kurzlebigen Hochphase, in der linke Strömungen und auch prominentere jüdische Sozialisten in Deutschland Posten erkatteten. Die linke Bewegung war komplett unterwandert von preußischen und welfisch-britischen Geheimdiensten, was natürlich gründlich verschwiegen wurde. Eine ausführliche Abhandlung zu Karl Marx finden Sie in meinem Buch Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte Band 1 – Revolution. Auch Sowjetrussland war aber seine Geheimdienste in der deutschen linken Sphäre involviert, wobei die kommunistische Revolution Russlands eben keine Aktion jüdischer Illuminaten war, sondern des Adels. Die Propaganda der Anglo-Amerikaner interpretierte die linke Phase in Deutschland natürlich als jüdisch illuminierte Agenda. Ein internationales antisemitisches Netzwerk sei demzufolge notwendig, um die jüdische Weltverschwörung zurückzudrängen. Nesta Webster Nesta Webster wurde in Trent Park geboren, einem herrschaftlichen Anwesen nördlich von London, das immer wieder von Geheimdiensten und dem Militär verwendet wurde, wie zum Beispiel als Kriegsgefangenenlager für wichtige deutsche und italienische Offiziere. Das Haus war 1777 von König George III. an seinen Arzt vermietet worden. Später ging es über in den Besitz der Familie Bevan, deren Männer Partner der Barclays Bank waren. Auch Nesta Webster's Vater war Partner bei Barclays. Trent Park gehörte auch zeitweise dem jüdischen Adeligen Sir Philip Sassoon, dessen Clan vom britischen Imperium aufgebaut worden war. Sassoon war ein Verwandter der Rothschilds, die aufgebaut worden waren durch das Haus Hessen-Kassel, welches wiederum mit dem britischen Königshaus Hannover verwandt ist. Die Sassoon-Brüder David und Albert waren Freunde des britischen Prinzen von Wales. David Sassoon war ein irakischer Jude gewesen, der mit anderen zusammen nach Bombay auswanderte und dort seine Community anführte. Das britische Imperium machte ihn durch Handel mit Opium und Textilien zwischen China, Indien und England reich. 1853 wurde er offiziell Brite, sein Sohn bekam den Kleinadelstitel eines Baronets und heiratete in die Rothschild-Familie ein. Nesta Webster war also im wahrsten Sinne des Wortes mitten in die Kreise aus adeligen Verschwörern hineingeboren. Ihr war eigentlich zuzutrauen, die Bedeutung und wahre Macht des britischen Imperiums zu verstehen, aber sie sprachen ihren Schriften stattdessen über mystische Zirkel von Okkultisten, Juden und Illuminaten als Drahtzieher großer Verschwörungen, wie der Französischen Revolution, der bolschewistischen Revolution in Russland und der Verbreitung des Sozialismus. Nach dem Ersten Weltkrieg durfte sie mehrfach über diese Themen bei militärischen Einrichtungen und vor dem Geheimdienst referieren. Die Geheimdienstler sollen sie dazu gedrängt haben, das Buch World Revolution – The Plot Against Civilization zu schreiben. Dafür erhielt sie auch Lob aus der hohen Politik, wie etwa von Lord Kitchener und ausgerechnet Winston Churchill machte 1920 Werbung für sie in einem Artikel mit dem Titel Zionism vs. Bolshevism – A Struggle for the Soul of the Jewish People. Man muss sich die Dreistigkeit einmal richtig vor Augen halten. Wichtige Mitglieder des britischen Imperiums spadronieren über jüdische Weltverschwörer, dabei waren die britischen Geheimdienste die Hauptverdächtigen bei der Destabilisierung der französischen Monarchie, bei der russischen Revolution und bei der Verbreitung des Sozialismus über die Fabian Society gewesen. Und natürlich hatte das Imperium jüdische Clans wie Sassoon und Rothschild aufgebaut. Ob Webster, Churchill und andere wirklich so gnadenlos naiv waren, oder förderten sie bewusst Verschwörungstheorien, die von der Rolle des britischen Imperiums ablenkten? Das Freimaurertum auf Kontinentaleuropa beschrieb Webster als düster und subversiv, während sie gleichzeitig das britische Freimaurertum, das die Hannoveraner Welfen 1717 neu gegründet hatten, eine ehrenwerte Vereinigung und als Unterstützer von Recht, Ordnung und Religion nannte. Genau dieses Muster kennen wir ja bereits aus der frühen Phase der Verschwörungsliteratur kurz nach der französischen Revolution. Freimaurer der Vereinigten Großloge von England unterstützten Websters Schriften. Sie wurde die führende Autorin von The Patriot, einer antisemitischen Zeitung, die von Alan Percy finanziert wurde, dem 8. Duke of Northumberland, der ausgezeichnet war mit dem Order of the Garter, dem Order of the British Empire und dem Royal Victorian Order. Percy's Essay, The First Jewish Bid for World Power von 1930, beruft sich als Quelle auf eine drei Jahre jüngere Studie zum Römischen Reich. Die von der Oxford University Press verlegt worden und an der ein Professor für antike Geschichte der Universität Yale beteiligt gewesen war. In der Studie wird festgehalten, dass die Aufstände der breit verteilten Juden den Römern ernste Probleme bereitet hätten und dass Juden später viel Handel mit Luxusgütern betrieben. Dies soll illustrieren, dass Juden gefährliche Störenfriede seien, die es andauernd wagen, sich mit großen Imperien anzulegen. Ein einflussreicher Jude am Hof von Kaiser Nero hätte sich für andere Juden eingesetzt. Gegen Bestechung versteht sich. Juden seien allzeit bereit zum Massenmord, wie beispielsweise an hunderttausenden Griechen in der Antike oder im 20. Jahrhundert an unzähligen Russen im Zuge der kommunistischen Revolution. Der römische Kaiser Claudius hätte damals sogar Angst gehabt vor den Millionen an Juden in Rom, Ägypten, Jerusalem und anderswo. Schließlich sei Rom untergegangen, teilweise wegen der jüdischen Subversion und Anarchie, während die Juden weiter existieren konnten. Es liest sich wie entsprechende NS-Literatur, die exakt dieser Argumentationsschiene folgt und praktisch unterstellt, dass Juden immer eine massive Gefahr darstellen würden für zivilisierte Großreiche, die sich auf die römische Tradition berufen. Juden seien nicht reformierbar, sondern könnten nur vertrieben oder vernichtet werden. Zusammen mit dem Rothschild Waterloo-Mythos und den Protokollen von Zion erweckte diese Geschichtsinterpretation den Eindruck, der britische Welfenadel hätte die Kontrolle über das römisch inspirierte britische Reich verloren an verschwörerische jüdische Revoluzzer und der Welfenadel in Russland sei gar von einer jüdischen Revolution hinweg gefegt worden. Es verwundert nicht, dass sich die Nationalsozialisten zum Welfenadel hingezogen fühlten, weil sie dachten, man könne gemeinsam die jüdische Weltverschwörung zurückdrängen und neue Imperien nach Vorbild Roms schaffen. Der Duke of Northumberland dankt Nesta Webster am Schluss seines Essays. In späteren Editionen von The First Jewish Bid for World Power ist Werbung enthalten für weitere antisemitische Verschwörungspamphlete, die man bestellen kann, wie etwa The Talmud Unmasked, The Jewish War of Survival, dokumentierte Belege dafür, dass die Juden verantwortlich waren für den Zweiten Weltkrieg, eine annotierte Version der Protokolle von Zion, frisch aus der Druckerpresse, Pawns in the Game von William Guy Carr, der internationale Jude von Henry Ford und der Mythos der 6 Millionen, gemeint sind Holocaust-Tote. Eines von Websters Hauptwerken ist Secret Societies and Subversive Movements von 1924. Im Vorwort erwähnt sie sogleich, wie wichtig das Buch Proofs of a Conspiracy von John Robeson um die Werke von A.B. Baruel doch gewesen seien. Sie handelt verschiedene historische Geheimgesellschaften ab und stellt die Behauptung auf, dass eine jüdische Gruppe es irgendwie geschafft habe, Geheimgesellschaften zu infiltrieren und dadurch zu großer Macht zu gelangen auf dem europäischen Festland. Sie benutzt dazu uralte Versatzstücke aus der frühen Verschwörungsliteratur, die sich kurz nach der Französischen Revolution verbreitet hatte. Zum Beispiel das Ablenkungsmanöver mit den unbekannten Oberen der strikten Observanz. Das freimaurerische Hochgratsystem namens Strikte Observanz, das ab Mitte des 18. Jahrhundert die meisten deutschen und viele weitere europäische Logen bestimmte, beinhaltete adelige Personen mit Verwandtschaft zu Großbritannien, wie etwa Herzog Ferdinand von Braunschweig und Karl von Hessen-Kassel. Es war die Rede davon, dass es unbekannte Obere gäbe, die die wahren Meister der Organisation seien. Seinerzeit kam immer wieder der Verdacht auf, es könne sich bei den Oberen um Agenten des Hauses Stuart handeln, die von den Welfen vom britischen Thron vertrieben worden waren. Oder vielleicht um Jesuiten oder irgendwelche Franzosen. 1776 wurde der Illuminatenorden gegründet, der manche enttäuschten Mitglieder der zerstrittenen strikten Observanzanz anzog. Nestor Webster jedoch hatte keinerlei Interesse daran, die Möglichkeit einer Welfenverschwörung zu untersuchen, sondern sie schreibt von einem mysteriösen Herrn Johnston, der in der Freimaurer-Szene auftauchte und von den unbekannten Oberen geschickt worden sei. Laut den Schriften des Prinzen von Hessen sei dieser Johnston ein Jude mit dem tatsächlichen Namen Leicht oder Leucht gewesen. Weil er zu viel Misstrauen erregte, ließ man ihn verhaften und er starb in der Wartburg. Genau an diesem Punkt sollte man sich daran erinnern, dass der Adel absolut die Mittel besaß, um eine resolute Spionageabwehr durchzuführen, mit tiefschürfenden Hintergrundprüfungen und notfalls mit brutalen und illegalen Methoden. Sicherlich konnten Hochstapler und Schaumschläger wie Kalliostro immer wieder einen gewissen Erfolg genießen, aber wenn es um mögliche Bedrohungen von Bedeutung ging, hätte der Adel sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Spionagenester aufzudecken. Die preußischen Hohenzollern unter Friedrich dem Großen und die Juden seien laut Webster irgendwie im Bunde gewesen, um die Kontrolle über das Freimaurertum zu erlangen und ihre eigenen Interpretationen des Tempelrittertums zu verbreiten. Im Jahr 1786 sei die französische Freimaurerei vollständig preußifiziert gewesen. Sicherlich hatte Friedrich ein Interesse daran, die französische Monarchie zu stürzen und dafür unter anderem das Freimaurertum als Spionagevehikel zu missbrauchen, aber auch die Welfen hatten das gleiche Motiv, Frankreichs Probonenherrschaft zu stürzen. Friedrich war der Sohn von Sophie Dorothea von Hannover. Sie war das zweite Kind und die einzige Tochter des Kurfürsten von Hannover und späteren britischen Königs George I. und dessen Frau Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg-Celle. Zu allem Übel, so Nester Webster, kam es in Frankreich zu einer Trendwelle des Okkultismus und der Gründung der französischen Erleuchteten, deren Gründer ein spanischer Jude gewesen sein soll. Jüdisch-Kabbalistische Martinisten wurden zudem zu einer großen freimaurerischen Macht in Frankreich. Um eine groß angelegte jüdische Verschwörung zu konstruieren, blieb Leuten wie Webster gar nichts anderes übrig, als Erklärungen zu liefern, die in die nebulöse Welt der Logen hineinreichten, wo nichts wirklich eindeutig war. Richtige Beweise brauchte sie nicht vorlegen, sondern ihr reichten Behauptungen, dass diese oder jene Person jüdisch war und dass jüdischer Mystizismus irgendwie bösartig gewesen sei im Vergleich zu dem sehr ähnlichen Mystizismus vieler anderer Gruppen, die sich auch auf die Antike beziehen. Seit tausenden Jahren existieren geheime Orden- und Mysterienkulte, die für Spionagezwecke verwendet werden konnten. Alle Gruppen hatten im Wesentlichen die gleichen Optionen und Werkzeuge zur Hand. Warum sollen ausgerechnet Juden so viel besser und erfolgreicher daran gewesen sein, geheime Gruppen zu nutzen? Webster benutzt eine altbekannte zirkuläre Argumentation, wenn sie den Juden ein natürliches und ganz besonders ausgeprägtes Talent für Subversion andichtet, im nächsten Schritt diverse Revolutionen als jüdische Verschwörung interpretiert und dann diese jüdischen Revolutionen wiederum als Beweis hernimmt für die ursprüngliche Behauptung, Juden seien ganz besonders subversiv. Webster schreibt explizit von jüdischen Superspionen, Geheimdienstlern, einem Netz aus Krypto-Juden, gemeint sind jüdische Männer, die nicht jüdische Tarnidentitäten angenommen hätten. Zitat Zitat Ende Was sollen die besonderen Techniken und Fähigkeiten des Judengeheimdienstes gewesen sein? Juden waren besonderen Registrierungspflichten und vielfältigen Einschränkungen unterworfen, was es besonders einfach machte, jüdische Gemeinschaften zu überwachen. Der Rechtsstatus von Juden war dermaßen schlecht, dass es ein Kinderspiel war, verdächtige Personen zu beseitigen, einzuschüchtern, gewaltsam zu verhören und deren Angehörige zu bedrohen. Nach allen Maßstäben, die wir von dem modernen, dokumentierten Geheimdienstwesen kennen, hatten Juden die schlechtesten denkbaren Voraussetzungen, um irgendwelche nennenswerten geheimdienstlichen Erfolge verbuchen zu können. Es erinnert an die sozialistische Propaganda unter dem russischen Diktator Stalin, in der völlig paranoid unterstellt wurde, es befänden sich überall Geheimdienstnetzwerke von Staatsfeinden, obwohl die Überwachung und Kontrolle längst totalitäre Ausmaße angenommen hatten. Jeder, der als Staatsfeind eingestuft wurde, musste entweder sterben oder in Arbeitslagern reformiert werden. Das Konzept des Staatsfeinds im real existierenden Sozialismus ähnelte sehr stark dem Feindbild des verschwörerischen, subversiven Juden aus der Verschwörungsliteratur und dem real existierenden deutschen Faschismus. Websters Text ist die altbekannte Mischung aus aufgewärmten Gräuelmärchen aus dem Mittelalter und den Bausteinen der frühen Verschwörungsliteratur aus der Zeit nach der Französischen Revolution. Sie lässt es sich nicht nehmen, gegen den britischen König Charles II. von den verhassten Stewards zu schießen, der sich auf jüdisches Geld eingelassen hätte, um den britischen Thron führen zu können und im Gegenzug ließ er die Ansiedelung von Juden wieder zu, die natürlich sofort wieder subversiv geheimdienstlich tätig wurden. Charles hatte in Wirklichkeit eine teils geheime Abmachung mit den Franzosen, die eine Konvertierung von ihm zum Katholizismus vorsah, was Webster wohl bekannt sein musste. Schließlich kommt Webster auf den bayerischen Illuminatenorden und Adam Weishaupt zu sprechen. Sie betont erwartungsgemäß Weishaupts Ausbildung bei einer katholisch-jesuitischen Universität, verschweigt aber, dass sein prägendes familiäres Umfeld aus Leuten bestand, die den Welfen gegenüber loyal waren. Weishaupt hätte sich von den Jesuiten in gewissen Techniken ausbilden lassen, aber letztendlich für eine jüdische Verschwörung gearbeitet. 1771 sei ein Händler namens Franz Kölmer von Ägypten nach Europa gekommen, um Mitglieder für seinen Geheimorden zu rekrutieren. In Malta hätte er den Mystiker Kalliostro getroffen, der wahrscheinlich jüdisch war und beinahe einen Volksaufstand angezettelt. Dann hätte er ein paar Rekruten gefunden aus den französischen Erleuchteten und schließlich wäre er in Deutschland angekommen, um Adam Weishaupt in die Geheimnisse der mystischen Doktrin einzuweihen. Weishaupts geheimer Ordensname war Spartakus, in Anlehnung an den berühmten Aufstandsführer, der sich gegen das Römische Reich aufgelehnt hatte. Webster munkelt, ob Kölmer ein heimlicher Jude gewesen sein könnte. Die ganze Kölmer-Legende basiert jedoch auf den Schriften von Abbé Baruel. Websters Beweisführung verliert sich wieder einmal im undurchdränglichen Nebel. Juden spielten in der ursprünglichen Verschwörungsliteratur unmittelbar nach der französischen Revolution keine Rolle, aber Webster versuchte hier im Nachhinein ein jüdisches Komplott zu konstruieren und wohl keine relevanten neuen Informationen in diese Richtung deuten. Sie erwähnt, wie der Herzog von Braunschweig, Mitglied der Illuminaten und Großmeister der deutschen Freimaurerei, 1794 ein Manifest an alle Logen verteilte, indem er die Geschichte erzählte, dass ganz geheime Verschwörer das Freimaurertum infiltriert hätten und dass diese Verschwörer verantwortlich seien für die französische Revolution und diverse Aufstandsbewegungen. Zitat Baruel und Robeson erfüllten aber damals nur den Zweck, die Welfen aus der Schusslinie zu nehmen und den Verdacht auf die Stuarts, die Jesuiten und irgendwelche französischen Freimaurer und Erleuchteten zu lenken. Später dann, durch Autoren wie Webster, wurden Juden der Mittelpunkt des Ablenkungsmanövers. Die Welfen hätten nur beste Absichten besessen, aber hätten leider zu spät gemerkt, dass sie von unsichtbaren Kräften manipuliert werden. Die Bücher von Robeson und Baruel hatten einen Einfluss darauf, dass 1799 im englischen Parlament ein Gesetz verabschiedet wurde, das alle Geheimgesellschaften außer dem Freimaurertum verbot. Der Unlawful Societies Act von 1799 machte es illegal für Gruppen, von ihren Mitgliedern einen Eid zu verlangen. Die Gesellschaften waren auch verpflichtet, Mitgliederlisten zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Für alle Räumlichkeiten, in denen öffentliche Vorträge abgehalten wurden, sowie für kostenpflichtige öffentliche Lesesäle, war eine richterliche Genehmigung erforderlich. Die Druckereien wurden streng reguliert, da eines der Hauptprobleme nach Ansicht der Regierung daran bestand, dass aufrührerische Flugblätter weit verbreitet waren. Letztendlich wurde jede Freimaurerloge, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes existierte, ausgenommen, sofern sie eine Mitgliederliste führte und diese den Richtern vorlegte. Die Bücher von Robeson und Baruel wurden auch in Amerika sehr erfolgreich, wobei auffällt, dass Webster die amerikanische Revolution in ihrem Buch, die nur kurz vor der französischen stattfand, nicht ebenfalls einordnet als das Ergebnis jüdischer Illuminaten. Immerhin predigten George Washington, ein Freimaurer des Royal Arch-Systems und andere Revolutionäre, Slogans über Freiheit und das Abschütteln der Monarchie. Webster behandelt genauso wenig die amerikanische Revolution wie einst Baruel und Robeson, weil die Welfen diesen Rahmen so vorgegeben hatten für die Verschwörungsliteratur. Die jüdische Illuminatenverschwörung soll sich fortgesetzt haben im Sozialismus und auch die Phraseologie der illuminierten Freimaurerei sei übernommen worden in die Sprache des Sozialismus. Sie schließt mit einem Plädoyer für eine faschistische Erneuerung. Sie hatte Verbindungen zu mehreren einschlägigen rechtsradikalen britischen Gruppen, wo sich unter Militäroffizieren und Adeligen höchstwahrscheinlich auch einige britische Spione tummelten. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg lebte die britische Desinformation und Propaganda von Webster und anderen weiter und beeinflusste immer neue Generationen an Verschwörungstheoretikern und Neonazis. Sie wurde auch fleißig gelesen in den USA bei dem Ku Klux Klan, der John Birch Society und der Milizbewegung. Theodor Fritsch Mit der Schrift Leuchtkugeln altdeutsch-antisemitische Kernsprüche, die er 1881 unter dem Pseudonym Thomas Frey veröffentlichte, begann Fritsch eine lange Reihe judenfeindlicher Pamphlete. Im September 1882 nahm er neben Max Liebermann von Sonnenberg und 200 weiteren Teilnehmern am ersten internationalen Antijüdischen Kongress in Dresden teil. Von Sonnenbergs Deutsch-Soziale Reformpartei sah vor, die rechtliche Gleichberechtigung der in Deutschland lebenden Juden rückgängig zu machen und sprach zudem von einer Entlösung der Judenfrage und der Vernichtung des Judenvolks. Es folgte 1887 der Antisemiten-Katechismus, eine Zusammenstellung des wichtigsten Materials zum Verständnis der Judenfrage. Darin wird zunächst in einer einfach gehaltenen Frage- und Antwortform erklärt, was eigentlich das Sündenregister der Juden sein soll. Dem Leser wird vermittelt, dass es sich dabei um eine Kurzzusammenfassung aus hunderten Büchern zu dem Thema handele. Zitat Die Juden bilden unter dem Deckmantel der Religion in Wahrheit eine politische, soziale und geschäftliche Genossenschaft, die, durch gleiche Instinkte geleitet und im heimlichen Einverständnis unter sich, auf die Ausbeutung und Unterjochung der nicht-jüdischen Völker hinarbeitet. Die Juden aller Länder und aller Sprachen sind in diesem Ziele einig und arbeiten einander zu diesem Zwecke in die Hände. Zitat Ende Die Juden würden dabei so clever vorgehen, dass man sie nicht mit den gewöhnlichen Gesetzen verfolgen könne, was praktisch bedeutet, dass der Antisemiten-Katechismus offen zugibt, keine gerichtsverwertbaren Beweise und nachrichtendienstliche Erkenntnisse gegen Juden liefern zu können, was wir genauso bei all den anderen antisemitischen Publikationen gesehen haben, die größtmögliche Enthüllungen versprechen, aber letztendlich keine nachprüfbaren Geheimnisse von Bedeutung vorweisen können. Praktisch alle Probleme im Deutschen Reich, von Sittenverfall bis hin zu niedrigen Löhnen, sei der Judenverschwörung anzulasten. Wir erkennen das grundlegende Argumentationsmuster aus der angloamerikanischen Verschwörungsliteratur, laut dem die Juden eine Art Supergeheimdienst bilden würden. Überall säßen Juden an den Schalthebeln und würden die organisierte Machtübernahme Deutschlands selbstverständlich aus ihrer internationalen Presse heraushalten. Während die Juden vermeintliche Geheimdienstliche Wunder vollbringen, werden die nicht-jüdischen Eliten im Deutschen Reich als hilflose Versager dargestellt. Im Kapitel der Jude in geheimen Gesellschaften heißt es, Juden hätten den Tempelritterorden infiltriert und durch teuflische Mystik zersetzt, was jeglicher Grundlage entbehrt, abgesehen vielleicht von den Einflüssen antiker Mysterien bei den Templern, die aber eher auf Rom und Griechenland zurückgehen und die man auch bei den Welfen oder den Freimaurern finden kann. Selbstverständlich folgt die klassische Falschbehauptung, die Juden hätten das Freimaurertum unterwandert. Ein Vorwurf, der früher noch den Franzosen und den Jesuiten galt. Später folgt das Kapitel Das Vermögen des Hauses Rothschild, in dem 5000 Millionen geschätzt werden, ohne darauf hinzuweisen, dass die Rothschilds gezielt von dem Adelshaus Hessen-Kassel und dem britischen Thron aufgebaut worden waren. Der Autor führt an dieser Stelle nicht das Waterloo-Märchen an, laut dem Nathan Rothschild den britischen Aktienmarkt abgezockt hätte, aber es ist gesichert, dass Fritsch das Märchen kannte und glaubte, denn es wird angeführt in seinem Handbuch der Judenfrage. Dann folgt ein Kapitel über die deutsche Reichsbank, die als jüdische Privatbank bezeichnet wird, welchen nur den Anschein der Staatlichkeit erweckt. Nach der Gründung der amerikanischen Zentralbank Federal Reserve zirkulierte Verschwörungsliteratur mit einem praktisch identischen Argumentationsmuster. Jüdisches Personal bei der Bank würde beweisen, dass es sich um ein Judeninstitut handele, das sich als staatliches Institut tarnt. Fritsch gründete 1902 den Hammer Verlag und veröffentlichte deutsche Übersetzungen der Protokolle der Weisen von Zion und der von Henry Ford unter dem Titel der Internationale Jude herausgegebenen Zeitschriftenaufsätze des Dearborn Independent. Die Ausgabe der Protokolle von Fritsch aus dem Jahr 1932 enthält ein Vorwort des Herausgebers, in dem verschwiegen wird, dass der Text längst als Fälschung aus älteren Quelltexten entlarvt worden war. Als Vorlage für die deutsche Übersetzung wählte Fritsch die englische Fassung von Victor E. Morstan und erlobt die Publikation von Henry Ford und der englischen Zeitung Morning Post. Nach dem eigentlichen Text der Protokolle gibt es in der Fritsch-Veröffentlichung noch ein lang gedehntes Schlusswort, in dem implizit eingestanden wird, dass der Text ziemlich abgehoben und übertrieben klingt. Fritsch will mit dem Schlusswort den Text glaubwürdiger wirken lassen. Der Welfenadel sei praktisch zu keinerlei Spionageabwehr fähig gewesen und hätte sich kinderleicht hereinlegen lassen von den Juden. Zitat Ein arisches Gehirn hätte sowieso gar nicht die Vorstellungskraft, einen Text wie die Protokolle zu fälschen. Zitat Der englische Übersetzer Marston erklärte, er habe täglich nur eine Stunde an dieser Übersetzung arbeiten können, da ihn diese wieder natürlichen und unehrlichen Gedankengänge seelisch krank machten. Zitat Ende Es ist zu bezweifeln, dass Marston irgendwelche seelischen Probleme hatte bei der Übersetzung, denn die Protokolle unterschieden sicher keinen Deut von der restlichen antisemitischen Propaganda, die bei der britischen Zeitung Morning Post ständig gelesen wurde. Wer die Protokolle nicht verächt hält, ist laut Fritsch entweder dumm und ungebildet oder jemand, der die Wahrheit vertuschen will. Die Juden hätten den Ersten Weltkrieg zu verantworten und seien ungeziefer, dass man loswerden müsse. Hitler und die NSDAP hatten diese Sichtweise verinnerlicht und glaubten, sich mit den alten Fürsten, den gestürzten Großen, verbünden zu können gegen die jüdischen Diebe und Gaukler.